Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich habe gerade die Kamera schon frühzeitig bewegt, verdammt nochmal. Zu einer neuen Folge von Prinz of Persia, The Sands of Time, yo. Nein, ähm, Prinz of Persia, The Sands of Time. Wir sind natürlich Pfarrer begegnet schon vor, ich glaube, ein, zwei Folgen, glaube ich. Beziehungsweise haben wir, glaube ich, in der letzten Folge den Vater besiegt. Unseren eigenen Vater. Hui. 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 Hui, dann gehen wir einmal hier hoch und hui. So, einmal zack, zack, zack und zack. Ach, guck mal, da gibt es wieder einen geheimen Ort. Da gibt es wieder geheime Energie. Von Shittaya. Shittaya, das trinke ich. Und wieder dieser Ort. Hallöchen. Oh, was würde ich jetzt dafür geben? Wieder bei Kräften zu sein. Ich brauche wieder Energie. Dann haben wir für dich genau das Richtige. Springen. Nein. Ähm. Und zwar den neuen Super-Duper-Energy-Drink. Shittaya. Er wird auch dich wiederbeleben. Genau. Genau. Boah, fühle ich mich gut. Ich fühle mich stärker denn je. Das ist echt wie so ein schlechter Werbeslogan, ey. So, gibt es hier hinten irgendwas? Nö. Dann gehen wir doch einfach mal schnell die Leitere hier hoch. Ich habe schon einen leicht trockenen Mund irgendwie. Dann halt doch die Klappe. Nein. Halt dich nicht. Na. Wieso hat er jetzt keinen Wandsprung gemacht? Äh, Wands, Wandsprint. Und wieso läuft er wieder so langsam, Alter? Das nervt. So, einmal ringsherum und rundherum und... Äh. Hä? Okay, ich gehe jetzt erst einmal hier rüber. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, warum. Ja. Und hier ist auch so eine komische Lücke. Da kann sie sich immer durchzwängen. Ja, klar bin ich hier. Schnückelchen. Natürlich. Ich mag diese Stille. Hm, 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 hm. Äh, hm. So. Quetsch dich mal da durch, Puppe. Muss mal weniger essen, wa? Ihr seid ein kleines, schmales Wesen. Ich muss noch die Kamera kurz ein bisschen... Äh, Kamera sag ich schon. Das Mikro ein bisschen... Höher. So, ich hoffe, das hat man jetzt nicht allzu sehr gehört in der Aufnahme. Toll, wirklich höher ist es jetzt auch nicht. Scheiße. So, jetzt können wir aber auf jeden Fall hier lang. Ah, die Treppen. Wo sind wir hier? Ein neues Rätsel. Ach, die lustigen Treppen. Die lustigen Treppen. Äh, ich liebe es. Äh, ich liebe es. So, jetzt muss ich erst mal kurz überlegen, wie war denn das? Nein, von hier aus komme ich nicht dorthin, glaube ich. Aber... Äh, Alter. Aber hier. Bleib das nicht. Bleib dort. Der Papa macht das schon. An den komme ich ran. Das ist schön. Den beeil dich ein bisschen. Irgendwie... Das Mikro will nicht so richtig, wie ich hier will. Alter. Boah, das war knapp. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Da verschwitzt. So, was haben wir hier? Achso, wir haben ja gerade zum Ziehen. Zieh mal meinen Finger. Ja, du wartest da einfach. Ach, Alter. Mensch, diese... So. Geschmeidig. Wie ein Luchs. Geh ich hier drum. Tick-tack. 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 Äh, ist das die Uhr? Alles in Ordnung? Ich hörte seltsame Geräusche. Kein dauerhafter Schaden, danke. Ich hab gefurzt und... Muss auch mal sein. Komische Geräusche. Als ob du nie furzen würdest. Da ist ein weiterer Hebel in der Ecke dort. Kommt ihr da ran? Äh. Ich kann's versuchen. Höhe, Assassin! Was, Assassin? Hab ich gar nicht gesagt. Ich glaub, hier komm ich nicht ran. Vor allem jetzt mal ernsthaft, ja? Also so mal unter uns, ne? Ihr seid ran. Was zum Geier machst du, wenn du mal ganz dringend auf Toilette musst und du bist ganz alleine und du hast keinen zweiten Partner, der die ganzen Hebel in Bewegung setzt? Selbst wenn du einen zweiten Partner hättest, ähm, selbst wenn du einen zweiten Partner hättest, ähm, dauert das sehr lange, wenn du mal ganz dringend musst, dann kann sich das sowas von hinziehen, wie das Let's Play. Das ist doch extrem sowas. Die können mir nicht erzählen, dass das Alltag ist bei denen. Also, wer baut bitte sowas? Hier bin ich! Ja, das ist schön, dass du da bist. Zieht jetzt an eurem Hebel! He, he, ich hab dran gezogen. Ich hab gesagt Hebel, nicht an dem Finger! He, 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 he. Ah, das ist wieder so ein Sandgedönse. Dass die denn überhaupt ziehen kann, ist wobei so schwer genug dafür ist. Die wiegt doch bestimmt bloß 30 Kilo oder sowas. Wenn überhaupt. So, der nächste Hebel. Hallo? Ich würd gern, danke. Bäh. Gibt es hier wohl noch eine Special-Kamera-Perspektive? Ja, gibt es. Bleib dort! Bleib dort, achso. Äh. Halt, hier komm ich noch gar nicht hoch. Wie komm ich jetzt hier runter? Ja, ich würd sagen so. Zack, zack. Kämpfen, das heißt wieder kämpfen. So, den Dicken weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob ich den auch so anspringen kann. Aha. Du standst mir gerade voll im Weg, Opa. Du auch, Opa. Nein. So, Bums, Bums. Bums aus, Mickey Mouse hoch. Das wollte ich jetzt so gar nicht. Habe ich den Knopf gedrückt. Versehentlich. Jetzt kann ich ein bisschen laut auf meinen Ohren. Ich muss ein bisschen schützen. So. Lalalalam. Da, dam, dam, dam. Badababab. Wo ist ein anderer Typ hin? Ach, der schon weg. Hallo, noch jemand da? Ja! Komm zum Spielen! Eko möchte ein Spiel spielen. Das heißt, wer verschwindet zuerst? Au. Arschloch. Alter. Nein, das war Quatsch. Das war jetzt echt Quatsch. Ja! Alter! Didit, didit. Didim, dim, dim. Gibt es hier irgendwo was zu trinken? Zu trinken, scheiße. Ja! Das war knapp. Pss! Bam, 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 bam. Badam, bam, bam. So, dick euch hier. Jetzt habt ihr alle auf die Glöcke. Und dann, tschüss. Tschüss. War's das? Es war's. Bam, 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 bam. Dat, 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 dat. So. Da oben habe ich einen Sandbehälter gesehen. Zack. Did, 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 li, 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 li. So, ansonsten müssten wir jetzt erstmal wieder... Äh, Alter! Oh, er schreckt mich nicht so. Erstmal wieder da hoch. Wie war denn das? Man muss jetzt irgendwie Kartons da hinstellen. Nee, wie war denn das? Okay, hier müssen irgendwo so eine Kiste rumstehen, die man verschieben kann. Nehmen wir einfach die hier, solange wir die andere gefunden haben. Ah, okay, man kann die zum Glück über diese Kante schieben. Hallo? So, da drehe ich mal kurz und packe nochmal neuer Hüsser. Naja, passt, würde ich sagen. Sag ich doch. So, hier muss aber irgendwo noch so ein Ding sind. Hier irgendwo. Meine Damen und Herren. Ja, ich weiß nicht, ob sie das wussten. Wir spielen heute Kistenschieben. Okay, dann brauchen wir doch bloß die eine. Scheiße. Oder? Alter, geh doch mal da jetzt da hoch. Wir brauchen definitiv noch eine. Ach, da oben ist sie. Schau mal. So, schmeißen wir einfach hier runter. Alter! Was war das denn? Alter, das Spiel ist echt buggy hier. Ich weiß nicht, ob es noch an Windows 7 liegt. Ich habe keine Ahnung. Oder überhaupt an der gesamten Hardware, weil die ja zu neu ist. Ich bin immer vorsichtig. Ich trinke immer vorsichtig. Apropos. Ich habe Borscht. Aber selten. Aber selten. Entschuldigung. Wir haben schon 21% des Spiels. Gut, gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Ja, in Wirklichkeit war ich der Sprecher. Ich habe bloß die Stimme leicht verstellt. So. Das geht mir gut. Hört damit auf. Aber ich saufe doch so gerne. Natürlich geht sie zuerst. Und ich werde eingesperrt. Wetten. Boah, ich schwitze gerade hier. Es ist gerade richtig warm hier im Zimmer. Alter. Das war knapp. War das Absicht? Hallo? So, Pfarrer, dann komm mal mit. Kannst du hier drüber springen? Ja, oh, oh, das kann sie. Oh. Das kann sie wirklich. Schade, aber dass die Zwischensequenzen so schnell vorbeigehen. Alter. Dat ein Ding, wa? Der Vogelkäfig, glaube ich. Wo sind wir? Das war das Sultans Bestiarium. Naja, das Bestarium halt. Woosch. Dit, 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 dit. Ich glaube, noch ein oder zwei brauchen wir bloß noch. Jetzt müssten erst mal wieder Gegner kommen, wenn ich mich recht entsinne. Genau, da sehe ich schon den ersten. Ach, so ein fetter auch noch. Huch. So, der andere fette ist, glaube ich, bei Pfarrer. Ach, du Scheiße. Wir haben leider keine Fernangriff-Waffe. So, noch jemand ohne Ticket? Nein? Okay. Ding, 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 ding. Da haben wir schon über den nächsten Speicherpunkt. Alter, irre. Hey, Pfarrer, ich gehe mal wieder einen trinken, ja? Es wäre nett, wenn du mich wieder aufsammeln würdest, auch vom Boden. Oh, beim letzten Mal wart ihr über eine Minute weg. Über eine Minute. Könnt ihr euch das vorstellen? Wieso wird das Mikro nicht so richtig? So, jetzt habe ich es mal ein bisschen höher gemacht. Hoffentlich hat man das jetzt nicht allzu sehr gehört. Jetzt klappt es schon ein bisschen besser. Ich denke mal, es bin ich auch ein bisschen deutlicher zu verstehen. Das Warenhaus. Das war das Klo, Mann. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Ding, 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 ding. Jetzt war ich anderthalb Minuten weg, oder was? Ja. Ja, alles Knorkel. So, dann mach ich hier einen folgenden Päuslein. Wir sind jetzt ungefähr bei 14 Minuten. Reicht, würde ich sagen. Und dann sage ich, haut rein, fuck nicht besoffen. Fliegt nicht besoffen mit eurem Teppich. Mhm. Und dann sage ich, tschüssi.